Ergotherapie ist deine Berufung. Deshalb wünschst du dir für deine Zukunft eine Stelle, die deine Weiterentwicklung, Austausch im Team, Raum für Ideen und finanzielle Sicherheit garantiert? Dann komm zu uns in die Ergotherapie Praxis Balance. Wir suchen dich für unser Team in Geislingen an der Steige. Du kannst aber auch ortsunabhängig online mit uns zusammenarbeiten. Bei uns wird Teamgeist großgeschrieben, damit du jederzeit den Rückenwind bekommst, den du brauchst. Dazu tragen auch unsere moderne Praxisausstattung und vielfältige Fortbildungsangebote bei, beispielsweise für Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht. Dank steter Weiterentwicklung sind wir optimal aufgestellt, um unseren Patienten effektiv zu helfen. Dadurch sprechen wir viele Privatpatienten und Selbstzahler an. Mit weiteren Mitarbeiterbenefits sorgen wir zusätzlich dafür, dass du dich bei uns rundum abgesichert fühlst. Was du dafür tun musst, bewirb dich jetzt unter stellenangebote-ergotherapie.com.